Hallo und Willkommen im Zander und Fugger im Dezember So wir laufen weiter zur Freihandelszone Immer noch auf der Suche nach Penn Fragen ob wir den heute mal finden Kennt ich hier eigentlich? Vielleicht auch wieder nach dem Händler rum Oh Nicht Versteh ich gar nicht Nicht? Versteh ich gar nicht Alles klar Wie kommen wir denn in den Händen wenn da keine Schürfe stehen? Bei jemandem Gehen wir ihm schon mal vor Anfahrer nicht? Hier ist der hier Wie geht der noch? Wie geht der noch? Wie geht der noch? Wie kann das sein? Naja Jetzt sterben wir aber einmal Was war das denn für ein komisches Was war das denn jetzt ey? Ne geh weg Pfff Der labern mich auch alle mit derselben Kacke voll ey Der heult sich doch nicht bei mir aus Kann ich auch nichts für Da haben wir die Info Da haben wir die Info Das war ja was an der Decke von der Rune hier Was hier ist allerdings gekrabbelt Wir hätten aber wirklich beim Bosskampf Ich bin ja einsam Wir hätten alles extra machen die ganz Verfolgen hier Ich bin ja einsam 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 Machen wir Warten wir nehmen ja schonmal gleich noch einen Trank ein Ich bin ja was mit da rein Ich sehe das hier ist an einer Dicke gekrabbelt Das ist bei einer Art Schildkröte Mit Arm Moment Ich lefere jetzt einfach bei mal mit dem Ding Ich meine es kürzlich meine Hausten Ok Nein Ich hab verschwunden Und dann geht er mit der anderen Seite hin. Und gut. Vorwärts müsste sie wieder abschlechen, dann steht jetzt doch nochmal. Insofern, ich bin über die Pen. Wenn was wir Angst haben, ist... Was? Eine Isle von Parasiten? Kannst du mir mehr erzählen? Also, based on was du mir gesagt hast, die Denevs führten auf die Sea Parasiten, die zehn Jahre vorhanden waren. Als die Piraten begannen, die Denevs für Geld, die Natur verletzt wurde. Und die Sea Parasiten begannen, aus der Abandenen Isle. Wir wissen noch nicht, ob diese Isle existiert. Aber es macht alles Sinn. Selbst heute, die Parasiten begannen ihren Angriff in Unisum. Für so großartige Parasiten, die zusammenarbeiten, muss sie eine Nesterung haben. Sie haben sogar einen Schiff, um ihre Prize zurückzuziehen. Dann, die Parasiten vielleicht haben die Kidnappte Leute, wie Pen, zurück in der Isle, um sie in Host. Okay, dann müssen wir jetzt zurück. Der wird wahrscheinlich mehr Base sein, ne? Was? Sie haben noch nicht gefunden, Pen? Verdammt! Sie sind sicher, dass du überall sahst? Sie besser haben! Was? 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 We need a ship. Das ist fit für combat. Don't you dare come back with a useless ship. I'll make you regret it. Hä? Er hat selber kein Schiff als Piratencamp. Ja klar, macht Sinn. Gut er sonst auch mit auf seinem Schiff nehmen wollte er eigentlich mal ursprünglich. Wahrscheinlich hat er gar keins. Ist mir ganz angelogen. ein Schiff, das fit für den Kampf ist? Ich denke, die Schiffrechte sollten uns helfen können. Ich bringe sie auf die Porte. Dann schauen wir uns ein Schiff zusammen. Ich sehe dich auf der Porte. Ja. Quest, uploadier dich mal. Was soll ich machen? Ich weiß nicht, ich muss jetzt da wieder zurück. Vielleicht kann ich gerade noch irgendwas einsammeln. Ich glaube, das ist gerade ein bisschen... Buggy, laggy, was soll ich machen? Wie soll ich mit dir reden? Ah. Cool. Keine Verfügung, ist ein Server. Dann mache ich mal kurz einen Cut. So, weiter geht's. Spiel haben wir neu gestartet. Wir sollen zum Hafen, wenn wir mal. Das müssen wir auch noch ein bisschen da wieder zurück. Erst noch einmal den hier machen. Ah, ich habe die Maps ja gar nicht erkunden. Ich bin doof. Oder? Obwohl teilweise schon, aber nicht. Kann ich einmal doof hier einsammeln von der Theorie her? Konon abgeschlossen. Ah, ist jetzt die Nebenquestsdinger. Ich bin dumm. 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 Und es war klar, dass die Kanon nicht beherrschte. Hm. Was machen? Ich bin dumm. Ich bin dumm. Was cool! Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Wie? After all the time we spent in Fontaine, don't worry about the money. We share a bond with the Rivjaw. That's right. Matea said the ship didn't look very good. So we'll have to work extra hard to get the Rivjaw to sea. We don't want a repeat of what happened before, right? We already spoke with the ship's owner, so leave it to us. Enough talk. Let's get this over with already. B-Barbus, are you working with Laskarina? Why are you staring at me like that? We ain't friends yet. We just made a deal. Under the circumstances. That's right. I haven't forgiven. I just came to see what all the fuss was about after Barbus kneeled in front of me. You promised not to tell them that, you traitor! Captain, this isn't the time to get angry. Laskar. Best. To think I'd see something like this again. All right. Time to work. Let's get this ship ready before sundown. Hey handsome. Didn't think I'd see you again. If I knew this was going to happen, I wouldn't have hit you so hard. I never even dreamed that the proud Barbus would come and ask for Laskarine as hell. Looks like Barbus has changed over the years. Then again, he was always known for his loyalty back when he was in Fontaine. Even if we are strategic allies, I'm not too pleased to see you. I should have broken your jaw when I had the chance. What? Now, that's just cold. I thought I really broke my jaw back then. I was just so worried how I never get to chew on tobacco. Oh, stein! Based on all of the chaos, I think we're near the island. Don't be nice. und über den einzigen aufgeschliff dann ist jetzt alle für diese kleinen Medifiliener klappern Wie viel kommt denn der von denen? Das Spiel ist freihändig. Hier kann man sofort gute Erfahrungsrunde sammeln, da muss man aber still bleiben und nix tun. Wenn man die ganze Zeit zu funktionieren würde, wäre easier. Ich brauche nur noch Mana tränke. Aber es muss mir so anscheinend ganz gut noch mit dem Mana. Der Mana tränke auf jeden Fall noch Mana noch. Dass man wieder ab ist, dass das dann reicht. Wie kommen denn jetzt noch? Ich hoffe langsam, der ist knapp. Gut. Der Eiter und einander hier schlürfen, ey. Das ist ja eigentlich ein eigenes Gebiet, wo wir jetzt gerade sind. Wir sind mit dem Nirgendwo, ganz schön. Da rechts. Alter. Ziem Minuten später da was. Irgendwann reißt du auch mal mit den Monstern, ne? Jetzt brauchen wir größere Monster, aber dafür noch langsamer als vorher damals. Jetzt haben wir auch nicht den Endboss. Jetzt wird der Endboss. So mein Gott ey. So mein Gott ey. So mein Gott ey. Okay. 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 Wie geht's mit diesem Geschwister? Das war Barbus und sein Temper. Das war so gut. Das war so gut. Wie geht's mit dem Plan. Das war so gut. 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 Ich kann nicht sagen, wie schlecht ist denn die Seefahrt hier entwickelt, wenn die engen Insel, die irgendwie so, also ich 500 Meter oder so, sagen wir jetzt ein Kilometer oder was weiß ich, das ist, wo der Festland liegt, dass sie die noch nicht entdeckt hatten bisher. Muss ein ganz schön schlechter Schiffsfahrt hier sein auf der Welt. Was ist das? Ist ja nicht so, dass wir jetzt irgendwo mitten auf dem Ozean sind. Sind ja einfach nur vom Festland entfernt. Was schaffst du jetzt? Ja. A rocky island filled with parasites, that's just disgusting. I hope Penn's still okay. My brother is a good person. I was born only a few minutes after him, but he always gave me his food, which is why he got so skinny. Ever since we were orphans living in poverty. I never thought I could live without my brother. I'll wipe out those parasites and take back my brother. Brothers until death. Nothing can keep us apart. Schön. So rar, wo ich hin muss, aber hey. So sieht auch aus, wie wir heute auch den Aktiv tatsächlich abenden, ne? Weil ich muss einfach sagen, dass dann halt noch zwei Maps, die werden dann aber durchziehen. Wenn nachher dann 30 Minuten dabei sind oder 40, dann ist es halt so. So nach 40 kann ich sogar schon wieder, ich kann die Tür so schnell sogar wieder sagen. Ich schneide die einfach auseinander, wie ich vorhin. Ich glaube, sagen wir das nicht daran. Gerade wie gesagt, dass er durch den Maps immer hier durchwascht. Vielleicht wieder aufbauen. Lass uns über Bäume reden, das ist wichtig. Das stimmt. DannANK YOU SOUS. Wenn ich so tahu, dass dieser Alte lider mit dem Parasite schweier würde, hätten wir hier vor mir nehmen sollen. Bist du nicht, wie schnell wir sind? Da bin ich schon lange, seit der Ribjaw ersetzen. Aber ich sehe, dass Barber's gar nicht verändert hat. Der immer noch ein Pelster ist. Zwischen Sie und mir, wenn Bas hatte Geld, um in der Schule zu gehen, wird er ein Admirals, statt einer Piraten. Wenn ich Bas sehe, mich erinnert, dass niemand sterben. Selbst ein ignoranter, illiterer, klassloser Typ wie ihn, ist ein guter Leben. Schnelligkeit, jetzt kann ich noch schneller rennen, muss ich das nicht nachmachen, naja. Besonderer Ausgang. Denen müssen hier noch was anderes tun. Was dürfen Sie hinterher? Ich hoffe mal nichts. Und wie ungleichmäßig sind denn die Füße von dem Vieh? Warum sind nur vier Abdrücke, dann ist er weggeflogen oder was? Es müssen ja jetzt nicht überall Abdrücke sein am Boden.